Das ist jetzt der Zweikampf, oder wird es noch ein Dreikampf? Eric Lesser mit der Energie und Simon Schempf, eindrucksvoll. Zieht der hier an, zieht der einen langen Spurt an. Martin Foucault in der Defensive, hinter ihm, da kommt er nicht mehr rum. Da kommt er nicht, aber Lesser kommt. Lesser greift Foucault noch an, Simon Schempf gewinnt. Gratulation, Foto-Finish zwischen Lesser und Foucault. Boah, welch ein Finish. Gratulation, heute hat das gezeigt Simon Schempf, heute hat es einfach gepasst.